Komme, Peter! Barty hat mich gerade angerufen, der kommt in 15 Minuten an. Was soll ich machen? Soll ich die mit Quad jagen? Kaum. Wo sind die? Unter dir. Aber wo bin ich? Soll ich schießen? Ah, da. Boah, die sind ja richtig schnell. Wie töte ich die? Oha. Chillbreak einem. Ja, der töte mich. Ich muss lange machen. Warte. Ja, kannst du den mal töten endlich? Ich töte mich. Ich töte mich. Ich drücke mich. Ich drücke mich. Junge, die wurden gerade zerstört. Kubi, die haben wirklich die Karte gefunden. Spooker. Nimm, nimm.